Hallo, Survival-Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ähm, folgendes steht an. Wir waren bei dem Thema Tinder-Plugs. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Also, eventuell in einem Haus oder so, aber wir haben ja Newspapers und da machen wir uns jetzt einfach welche. So, nehmen wir uns mal zwei raus und machen da jetzt direkt neue Tinder-Plugs draus. Äh, da. So. All. Äh, folgendes steht an. Ich habe jetzt, äh, unlängst, auch ohne dass ich es gewollt hätte, ähm, gesagt bekommen, dass eventuell einen eventuellen Spawnpunkt für eine Rifle. Und zwar müssen wir da den, den großen Berg hinter uns irgendwie erklimmen. Und irgendwo da soll es eine Aussichtsplattform geben. Und eventuell da dann die Rifle. Ähm, jetzt haben wir nur folgendes Problem. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich, äh, den Schlafsack hingepackt habe. Und wie das enden kann, wenn man irgendwo, ähm, Wenn man irgendwo in den Wäldern rumirrt. Das haben wir ja das letzte Mal gesehen. Von daher ist jetzt folgender Plan. Wir haben es 11 Uhr. Wir werden uns jetzt vorbereiten. Und, ähm, werden die Klamotten reparieren alle. So gut wir das nur irgend können, um so viel wie es geht Schutz zu haben. Dann werden wir die Straße zurückgehen, äh, um das Haus zu suchen, wo wir mal am Anfang mal waren. Dann fangen wir mit dem schlechtesten an. Und gucken, ob da der Schlafsack ist. Und, äh, je nachdem, ja oder nein, werden wir es dann trotzdem, äh, reparieren. Äh, werden wir es dann trotzdem riskieren, den Berg erklimmen und versuchen, die Rifle zu finden. Und, äh, hat ja sonst kein, kein Wert. So, jetzt reparieren wir. Fröhlich vor uns hin. Ich hoffe, das Kit hält durch so lange. So, den Schal. Auch successful. Die Cargo Pants. Komm, 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 success, success, jawohl. So, 93% der Sweater. Hm. Versuchen wir auch das nochmal. So. Okay, das hat nichts gebracht. Wir, wir sind bei den plus 20. 96%, 1,9. 100%, 100%, 95%. Da könnte man wahrscheinlich noch, äh, 0,2% eventuell raus holen. Aber ansonsten ist das Zeug fit. Höchstens noch bei den Mittens. Aber, da ist, da, da, da ist mir jetzt so schade, dass Sueing-Kit da zu verbraten fühlt. So, light, so hart, wie es klingt. Okay, gut, dann ging das jetzt doch schneller, als ich dachte, mit den Klamotten reparieren. Dann könnten wir es noch wagen, die Straße zurückzugehen. Ja, das geht jetzt runter. Das, so, was nehmen wir mit? Accelerate. Da, da, da möchte ich gerne noch etwas mehr mitnehmen. Ich werde doch alle Antiseptikums mitnehmen. Wir müssen uns einfach auf eine andere Art und Weise gegen die Wölfe wehren können, weil wir jeden Kontakt verbrauchen wir ein Verbrauchen wir ein, ähm Das bleibt auch hier. Verbrauchen wir ein Antiseptikum. Und so viel haben wir davon nicht mehr. Wir haben noch vier Stück. Wir haben sechs Stück. Wir nehmen Drei mit Und drei Bandagen. Dann können wir dreimal von einem Wolf angefallen werden. Ja. So, dann nehmen wir zur Not eine Pille mit. Also eine, ja, eine Wasseraufbereitungstablette. So. Wir müssen Das gewichtlos werden. Nicht beim First Aid Food. Müssen wir wieder noch mehr mitnehmen. Da haben wir nur Tinderplug dabei. Da sollten wir auch Wood mitnehmen. Äh, Tools. Die Hatchet, was wiegt sie? 1,5. Wir nehmen auch noch Sederwood mit. Bisschen. Ja, das Lampenöl. Ja, das wiegt eigentlich nix. Ja, eigentlich Wir stehen, wir stehen, wir stehen hier so ganz gut, wie wir wieder so stehen. So. Das haben wir, das haben wir, haben wir keinen, oh, kein Brandbeschleuniger mehr, bis auf den einen einzigen. Not gut. Wie viel Streichhölze haben wir? Da haben wir da, ja, da haben wir eigentlich. Gut, dann belasten wir uns halt noch mit weiteren 2 Kilo für das Cedarwood. Tinder hat er sich. Ich nehme noch mehr Ich nehme noch mehr, ähm Noch mehr Tindas mit. Gerade wenn wir nur einen Brandbeschleuniger haben. Wenn wir in der Wildnis ein Feuer starten müssen, dann muss das auch hinhauen. So, 14 Uhr. Dann essen wir uns gesund. Oder Satt besser gesagt. So, mit dem Ganula Bar. Dann haben wir noch 500 rund nach oben offen. Nehmen wir nicht den Energy Bar. Nehmen wir das Grape. So. Wir nehmen mit die Sardinen. Die wiegen eigentlich nicht viel. Natürlich den Bar. So, Pork and Beans bringt 600. 100. Nehmen wir noch den Bar. So, okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Soda mit. Und wir haben zwei Liter Wasser. Eine Tablette. Sind bei 19 Kilo. Ähm. Dann nehmen wir noch 1,5 Kilometer Liter Flüssigkeit mit. Trinken uns fit. Und so. Jetzt schlafen wir noch eine Stunde. Dann, ähm. Und damit wir fit sind. Und hoffen, dass das Licht reicht, für die Straße den Weg zurück zu gehen. Ich denke, ich habe an alles gedacht. Los geht's. Es wäre mal eine willkommene Abwechslung, wenn wir den folgenden Part schaffen. Ohne Wolfangriffe. Huch. Leck. Huch. Leck. So. 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 Über die Straße oder über das Eis. Ich sehe über dem Eis einfach mal keine Wölfe. Von hier aus gesehen. Dann meiden wir die Straße. Hier haben wir Übersicht. Und tun es so. Puh. Oh je. Ich habe ja meine Zweifel. Wie sieht es im Wetter aus? Wir empfinden noch Plus gerade. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt gilt es. Wir sind hier ja schon und an der Stelle schon zweimal direkt am Tag 1 von einem Wolf angegriffen worden. Worauf ich heute eigentlich keinen Bock habe. Und die Mistviecher verstecken sich auch ordentlich hier hinter den Schneehübeln und so. Dann zieht er noch scheiß Wetter aus. Moment. Oh no. Sie stört schlecht. Verdammt. Nicht jetzt. Okay. Dann nehmen wir einfach die Beine in die Hand und ziehen es durch. Selbstverständlich können wir bei dem Wetter bei dem Wetter bei dem Wetter sind nicht die Temperaturen sind die Sichtfelder. Selbstverständlich können wir bei dem Wetter keine Bergtour ins Blinde machen. So. War hier der Badroll. Die Madroll haben hier nirgends reingetan. Warum ruckelt meine Maus hier immer in die Maus? I don't understand. 16 Uhr und wir können nicht weiter. Wir müssen jetzt zwingend warten bis zum nächsten Morgen. So, gab es hier so einen Kamin? Nee, ne? Nö. Ich habe hier nichts. Ach, ist das mies. Mit dem Wetter jetzt. Ich habe das dumpfe Gefühl, viel zu wenig Essen mitgenommen zu haben. Wir haben 750, 1250, 1550, 1850, 1850, 1850, 2100, 2350, 1550, Pff, wir haben keine 3.000 Kalorien dabei. Das ist eigentlich viel zu wenig. Vor allem wenn wir jetzt noch einmal übernachten müssen. Wir haben akut jetzt keine andere Wahl als zu überdachten. Wir können jetzt noch mal eine Stunde warten. Aber jetzt spricht natürlich die Uhrzeit gegen uns. Ohne den Schlafsack. Jetzt einfach hier so hoch. Hatten sie auch schon mal so ein Déjà-vu? Ja, und das ist genau das, was ich meine. Boah, dieser Spot hier, ne? Dieser Spot. Wenn ich jetzt hier weg bin, dann komme ich ja nie wieder her. Jetzt fehlen 1000 Kalorien. Dann nehmen wir den Knife. So, und jetzt beginnt erst die Nacht. Nicht gut. So, dann wachen wir auf und es fehlen wieder 1000 Kalorien. Oh, Mann, 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 Mann. Also, wie das hier weitergeht, dieser Tag, das erfahren wir jetzt das nächste Mal. Tschüssi, bis denne. Sch Untertitelung des ZDF, 2020